Hallo und herzlich willkommen beim Let's Play DayZ! Zusammen mit dem Chef, mit dem Ben, und mit dem Tom oder dem Redster. So, also, ist sie noch gestorben? Ich habe mich verletzt, beim Schiff öffnen. Und ist sie noch neu gespawnt bei Solnichi, wie ich das glaube ich kann nur vollziehen. Ähm, die anderen zwei, die sie wollen rum, also muss ich mich wohl bei dir, ob die weh machen, und ich werde etwas zu dringend erfahren. Das hat mir relativ gut geholfen. Ach, ich bin ein Unzeleppchen am Boden, wenn ich hier sind. Ja, du hast halt ein bisschen mehr rumfahren zu mir, boah, dann kann ich wohl wissen. Ah, du hast schon einen anderen, ein Survivor. Ah, komm mal mit dem Schatz. Bring ihn um, bring ihn um. Hey, Guy. Hallo? Hey. Hey, how are you? Du hast einen Zoffelstier dabei, ne? Ich wusste nicht, wie gut. Ich bin ein Neu-Player. Ne, ich war mit dem Tom oder die Schraubflinte dabei, man. Oh, ähm, auch weg der Kacke. Oh, okay, ich mein Schuss nicht unten den Fischsturm, die geht nicht den. Oh, ja. Bring ihn um, hol sein Sachen. Oh, jetzt hab ich mal schwetzen, ich hab er weitergelaufen. Ich traue es euch. Also, Appesatage, ich komm direkt zu, gell? Oh, Ben, nicht gucken, ist sie gerade. Oh, gut, gut. Du hast direkt gesagt, dass... Die Leute kann ihr so weit vertrauen. So lange wie sie eine Axt tun, dann ist das noch okay. Oh, Leute können einen komischen Mellungen, gell? Das Problem ist, das ist überall seine Waffe. Das ist eine ganz andere Sache. Das heißt, du sagst immer der Waffe, du wirst gar nicht, was soll ich machen. Und da sagt das, seit dem ganzen Spiel ein bisschen, heu... Wie soll ich so ein Würze für Leute empfangen? Das ist schon relativ flopp, da war ich immer so ein... Hey, scheiß, du spuckst das hier, Mann. Beklang zu viel. Guck mal, bei der ganzen Sache. Und hau, aus. Ah, du hast sie von den neuen Militärzombien. Die kann ich mal nach mir gucken. Moin. Hopp, du kriegst mich schnell, du schlafen wir einfach weiter. Ja, bei der nächsten Sache muss man mal gucken, für Getränkszufangen. Und ja, so weit ist das Schwierig vom Zumbien. Dann ist ja auch kein Waffen. Und ja. Der erste Ziel ist, dass du noch mal für Wasserzufangen und du nur einen Rucksack. Das sind am Anfang die zu wichtigsten Sachen, bei der ganzen Sache. Und die zwei anderen, die könnten mir am Anfang aber auch mit Gain kommen, gell? Das wäre ganz schön. Oh, mit der Schaff. Den musst du um den Führern. Oh, mit der Schaff. Ja, mit der Schaff. Ja, mit der Schaff. Das ist schlimm. Das können die Schaff mal merken. Also. Der Schaff. Und die kann sich nicht verlassen. Die kriegt mo kein Karte, gell, die ist. Oh, schwe. Oh, schwe. Oh, schwe. Oh, schwe. So, lo kriegst die Scheiße nöt los, gell? So, Tom. Schon den dummen Feierl. Oh, ist krass, denge. Ja, ma die kannst du auch, ne? Also. Ich würd die Leute ja mo besser weise wie das so. Wenn alles mo zusammensicht. Ja, wir wollten am Anfang nach Europa kommen, für. Mo ganz an den Norden. Ob dat klangt ehr viel zu. Oh, schwe. Du bist nur noch nicht wahr. Oh, du n***er Mann. Ich geh mal gucken, vielleicht vorne mal abwiss. Ich hab schon gesagt, ich krieg keinen seinen Kraftausdruck, ok? Das ist ja nicht wahr. Du kannst. Du kannst. Du kannst. Ich schweiz. Ich schweiz. Ich schweiz. Ich schweiz. Ich schweiz. Ich schweiz. In Ostern ist es in guten Hals wie ich. Das ist noch von euch nicht anders als Miser. Aber gut. Ja, das fällt im Moment noch ein bisschen nervig beim Spielen aus, dass es bald in einem Staat drackt, wo ein bisschen wie groß ist. Da bricht direkt die Framerate an. Das ist ein bisschen schweiz. Aber gut. Ich schweiz. Wie du vielleicht gesehen hast, ist die beste Grafik. Aber du hast nicht gewonnen, dass ich noch ein paar Frames mehr dabei habe. Wenn du spielst, kannst du nur mit Flüssen schlafen lassen. Und du hast gesagt, dass ich noch ein bisschen mehr rauskomme. Ich kann nicht sehen. Ben, guck du links auf das Wasser. Ich muss mal gucken, dass ich hier runterfahre und vielleicht vielleicht bis zu ihr ist. Ich weiß nicht, ob es 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 nur meine Dosen runterfahre ist. Ich habe zwei Stöckchen im Rucksack. Ich weiß nicht, dass du ein bisschen spielst. Dann hast du aber auch noch eine Chance, dass ich die Mordkolle. Soll ich fülle mal raus. Heute kommt der Scherim. Wieso schon heute? Ach, bitte. Unsere Mittler wollte schon mehr Zumbien dran, weil... Weil es sind ja relativ viele. Ich weiß nicht, ich mache die Haars in Tommen. Schmecken, die laufen da runter. Ey, Jungen, an der Stadt gibt mir eine Framerate. Zahnt immer drüber auf. Das bleibt wahrscheinlich schon... ...der Runden aus dem Server ziemlich voll aus. Oh, ja. Ich habe jetzt genug Modizieren. So, wir gehen jetzt halt direkt hin. Ich habe schon die erste... ...Magazin. Äh... Pardon? Merk, wo ist die Kunde da hin? Die Stunde da hinten war. Ich habe schon mal einen Stöckchen... Boah, ich meine, ich habe noch nicht weitergegangen. 7,6... ...2... ...und 10... Vielleicht nicht so... Ich hoffe, es ist da wo ich mich... Ah ja, doch da anders Tankstelle, da anders Fabrik. Mein Laufen, wo bist du da hin, oder? Ja, das Ganspiel ist relativ flott. Ich fange einfach nicht auf, wenn dieser... ...Zombie ist im Moment noch ziemlich harmlos. Ähm... Wie wir gesehen haben, ist im Moment ziemlich viel dauscht. Mein Laufen Problem ist einfach nicht auf dem... ...du kannst wirklich keinem Vertrauen. Du willst gar keinem Vertrauen. Mein Menschen, die einfach für dich... ...du fällt einfach schwer, weil ich genau weiß, ...wann die Hunger hat. Und die finden nicht. Die wissen aber, dass du da bist dabei. Und da geht ganz sicher. Eigentlich, wer hat... ...und ich rum... ...rumdrum gucken kannst. Ah, wenn ich ein bisschen gebraucht schwätze oder so, dann... ...muss ich halt entschuldigen. Das ist das erste Let's Play, das ich mal probiere... ...und plus noch ein Blitz dabei ist. Moment, ja. Du... Das müsste aber auch klappen. Du... Also, ich schlau am Blick, gell. Nein, nein, nein. Ich schlau, nein. Also, wenigstens, das kann man eigentlich gar dann, ...wann man nicht angefangen sind, ja? Ich schlau am Blick. Ich schlau am Blick, gell. Ich schlau am Blick. Ich schlau am Blick. Ich schlau am Blick, und nicht, wenn die alle gefreut sind. Oh, die ist ja. Aber wir sind alle gefreut, so. Also, wir spielen am Moment, spielen sowieso nicht am Moment zu drei. Weil ich bin der Dich, der jetzt zwei Mal gestorben ist. Wir spielen am Moment zu drei, wird ein relativ gut grubes sein. Weil den zu mir ausfällt, doch auch, um mich schwer gut verdeckt zu bleiben. Du hast nicht gesehen, ich schlau einen, das wird ein Zombie sind. Ja, da ist ein Zombie rum. So, schon. Dann hab's dich. Oh, heute tun wir. Ah, wenn ich Chancen fand, dass ich an der Fabrik eigentlich nicht verwerbbar ist. Oh, endlich. Und... ...wenn... ...wenn ich doch wohl sagen, dass... ...ich werde... Oh, da könntest du nicht entgehen gelaufen. Das kann ich nicht sehen, die wird mich ja gar auch los. Nein. Ich werde pro Woche maximal, wenn es nicht gut geht, ...wenn ich dann drei Folgen rausbringen. In der ich denke am Main des... ...dünnstes... ...ääh... ...nei, am Main des Mittwochs... ...a ne, am Main des Mittwochs... ...a ne, am Freude... ...je nachdem wie ich Zeitun natürlich. Also, es sind ja nicht... ...spielen da relativ viel... ...meh... ...schon noch einmal sagen... ...denn... 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 ...dee... 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 ...probe ja wohl... ...dee... ...hier... Und wir sehen uns heute. Wir sind da schon nicht. Wir sind da schon, wir haben hier schon eine Konnexion. Ja, wir haben gewünscht. Ja, wir sind uns nicht ganz sicher, wir können uns nicht sicher. Wir haben noch dabei zu spielen können. Komm mal spielen, wir haben hier auch. Komm mal an, wir haben hier weiter. So klicken... Jogging-Türs, so durch... Tschernarus... Möjes... Oh, schon, das stimmt. Ist ein Lauf-Simulator. Ist doch herrlich. Ich habe keine Landschaft zu genießen, bis man direkt zum Zombie lernen kann. Aber gut, es hat auch Spaß im Spiel. Es geht darum, dass sie wollen. Ich bin nur fürchten, dass ich unter Stroh bin. Ich bin nur fürchtet, dass du richtig durchdurchst. Was tun wir denn dafür? Das ist ein Militärzombie. Oh, was läuft? Hey, das ist dick wie ein Zombie mittlerweile. Also, dass man sonst nicht so viel vorkommt. Jo, wahrscheinlich schon gesagt, noch ein bisschen gefixt. Sie... Gelt es aus. Ich muss aber so... Die Militärzombie sind aber noch relativ geil aus. Alter, du kannst nicht mehr tun und das Klamme, gell. Oh, was sagst du? Und Rimmler, gell. Das ist nämlich schön. Also, ich hoffe, du hast die Zaun-Ausstellung und nicht verkackt, du überlaupt. Na, aber... Das ist echt falsch. Du kannst nämlich auch vieler noch laufen. So, wir sind schon irgendwie durch. Was ich meine, typen, das kennt... Oh, ist die Karte im Zug, kann ich nicht sehen. Äh... Factory... Ah, teuerst. Nicht so ne. Nicht so ne. Nicht so ne. In so etwas. So ein Nitschi? Ne, 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 ne. Hier sind doch schon drüber. Wir brauchen, ich muss auch noch gucken. Hier müssen... Ah, nicht so ne. Okay, ich weiß, wie es passt. Ja, hier sind grün, hier ist grün. Hier sind wir noch an der Stadt kommen. Die Großstadt, wisst du? Die... Äh, äh, äh... Banzine. Banzine. Mö. Mö. Mö, da komm doch mal weiter hoch. Ich gucke, da schau mal, ich habe irgendwo Grund von. Weil... Ich habe wirklich keinen Bock, dass mein Mensch hier einfach verduscht. Die Mist... Da haben wir am Ende gesehen. Boah, laufen wir rüber, Ben. Ich komme, mir... Ich komme, mir... Wo ich auch muss sagen, da ist einfach nur die Landschaft, die gesagt, aber... Ich fand sie gesagt nicht schlecht aus, obwohl ich die Grafik raufgelegt habe. Auf mir irgendwie... Stimmt, bist du nicht... Boah, Ben, wenn ich scheisse, direkt auf Y, gel. Ah, du hast den Kognit. Du hast den Kognit direkt. Ich kann nicht alle zwei treffen. Ja, das ist aber noch Kassoum, wenn das... Probierst. 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 So, immer genug trinken. Mehr abgepasst mittlerweile durch den neuen Patch. Weil ihn zu viel trinkt. Dann hast du Mozart voll mehr. Ich tue ihn einfach noch Hunger. Also muss ich gucken, ob du so ein... Relativ gleichgewicht zerfahren. Dazwischen. Aber jeder, der sich spielt, kann ich einfach noch die App... I survive empfehlen. Die, wo ich selber vom Cheflo... Das ist gut. Das ist relativ gut. Ja, das ist ziemlich gut. Und ziemlich einfach. Auch für ein Team zu spielen. Ich kann die Markei-Runge setzen, weil ich in einer Gruppe zusammen möchte. Ja. Oder Treffpunkte. Ich kann die Markei-Runge setzen. Ich finde es relativ gut. Das ist relativ gut, dass wir eine Getränkz-Zone zu fahren auszusachen. Weil das geht schon immer sicher. Aber irgendwie kommt ich bei mir ziemlich hilflos. Wie kommt der Löhre von? Der Team könnte ich. Wie ein Team Nussknacker! Ja! Ich versuche noch ein bisschen zu sprechen. Ich versuche noch ein bisschen zu sprechen. Wie gesagt, das ist mein echte Let's Play. Ich werde die nicht mal lernen. Und, wie gesagt, wenn ihr ein paar Tipps habt, ein paar Sachen wie ich kann mich einfach machen oder wer da will, die wird vielleicht schwätzen, wie gesagt, könnt ihr da in den Kommentaren schreiben. Und mir geht das, also ich will nicht so gut wie die großen Nummern, wie der Gronkhardt. Für mich geht es einfach nur um den Spielspaß und für andere Leute zu weise werde ich vom Spiel heilen. Aber wir, ich gerne spielen. Ich glaube, dass es so ein kackt Zymbi um den Arsch hängt. Ich kann dort stehen, wenn wir aufpassen. Am besten, wenn wir direkt da durchstehen. Ich gehe nicht zu kontakt und durchzulehnen. Oh, schnell Schritt finden, von Bezos. Ein Kussionisch von. Wie geil. Scheines, scheines. Das finde ich nicht mehr gehören. Ich spreche über meine Dinge in eurem Arsch. Aber das ist ja auch so ein Kussion, die fanden hauptsächlich an Zivilen gebeuren. Das heißt, nur nicht auf Militärbasen fanden, dass sie am Feiern oder so Sachen. Die sind auch relativ base, aber ich finde das nicht so gerne, dass sie auf Distanz trifft. Also, die am Feiern ist nicht schwer, so auf Distanz zu treffen. Auch mit einem Zweben. Auch an der Schaule fanden wohl gerne am Feiern. Der Feier ist trotzdem gerne mit Waffen gespielt an der Zeit. Ja, der ist in Sowjet-Russia. Das ist halt, du. Wenn du nicht drüben kannst, dann geht der BAM! Voll an Fatz. Ich schaue dir noch Wodka zu trinken. Das ist ja mal bei denen. Oh, nein. Was schön, du kriegst, da kriegst du Laufen. Der Mausen geht nicht. Okay, euer Längser ist frei. So, ich schlafe noch mal weiter von der Stadt. Da bist du, ne? Ich komme nur bei Nizana. Nizana. Warte, warte. Da bin ich in die Sache komplett... Ah, die hast du mich treffen uns gespielt. Also, ich schlafe nicht über der Halbstraße, Jungegeil. Komm mal, blammer mich. Wir sind bei der Kirche. Wir sind bei Berizino. Berizino. Ja, ja, ich komme da hinten hin. Bei den Docks können wir uns treffen oder so. Aber das ist immer. Wir sind da. Ja, wir sind da. Ich bin an dem Wifi, da hinten. Und wo bist du? Ah, du. Ah, ich muss mal extra zeigen. Stopp aber. Info steile. Für zu wissen, wie lange Stopp nehmen schon machen. Also, ich wollte so... Am Anfang zu folgen. Von 20 bis 30 maximal machen. Weil sonst... Das ist... Das ist aber dafür immer, wie wir lernen. Für... Für Hubsen. Ich weiß nicht, wie er da ist. Ob das normal ist. Also, ich will niemanden ablöden. Also, du löst. Ich habe das auch schon zu mir. Du weinst. Ich muss da wahrscheinlich immer... Ich will nicht ablöden. Du weinst. Kann da mal dauern, bis das voll schön ist. Ah, ich will nicht. Ich will nicht den besten Internet. Oh, neee. Lack den! Schlaf gehör. Ich hab' die Wache. Boah. Ich war's gut, dir ja. Gut, geh. Bei mir lebt's ja gut, ja. Blützt du oder blützt du nicht? Keine Ahnung, du. Ich weiß das. Du weißt, du bist ein Zombie, oder? Ich hab' die, ein paar Zondie gekauft. Ich habe mich gekillt, aber bei mir lag' das, mich. Und da, ich gucke mal... Ich hab' mich bei dir. Das ist falsch Bandage Das ist einfach wunderschön Schwingt, du schwingst das, blöden Hast du gesehen? Ja, das wird leicht gesagt. Seht doch auch nicht, okay Ja, aber im Moment das auch reden für den App zum Server, weil das schon noch ein roter Ketten in der Stuhl So, wenn ich eine Kette nicht ehren, dann müsste ich nur bei Lumbermüll Oh komm, ich fand das komisch, dass das Lumbermüll ist, dass du mal kein Lumbermüll startet oder sowas, weil das ja... Ja, wahrscheinlich dass die Lumbermüll nicht vielleicht sich das noch nimmt auf hier Und da wollte ich mich eine Richtung für eine neue Startup, man, die waren im Update Komm, das ist ein Lumbermüll, ein Zombie, hallo Gehen wir mal Richtung Drogs, oder? Sollen wir mal Ich wohnen Das ist ja wunderschön, die Leute Gehen wir mal hier unten links Ich muss mal ein T-Shirt dann halten Ich muss mal ein T-Shirt dann zappen Ich würde ein Foto vom Zombie machen, mir wird nicht so gut geklappt Dann, hallo, mal ein Foto in das Spiel Ja, aber ich muss mir auch ein Foto von meinen Thunnails kriegen Ich muss mal ein Foto von meinen Thunnails Ich muss mal ein Foto von meinen Thunnails Ich habe das mit dem Laser gewinnt Ich habe das mit dem Laser gewinnt Und ich will das Ich will das Den A und C-G, der ist viel besser Der geht auf viel mehr weit Distanz Ich will das Ja, schau das Wir können das nicht Wir können das nicht, wenn du willst Wenn du das nicht willst, dann geht es noch nicht Ja, das ist jetzt so Ich stehe natürlich in der Pleite Ah, da sind sie ja Juss, so, eher mal verblüten Nee, das muss nicht gehen Sag mir, was er da hat Äh, meinst du, Lion Ja, Leute Ja, das ist ja Ja, das ist ja Ich habe das nicht Ich habe das auch noch nicht Ich habe das noch nicht gehabt, aber Ja, das ist ja Also, Jungen, wir treffen uns In den beiden Docks Bei den Kränen am besten Ja, wir sind noch nicht Wir sind noch nicht Längst frei Friert so Längst frei Also, ich habe mich nicht Ich habe noch nicht so sehr eine Waffe gefunden Wir spielen ja schon relativ lange Also, ich ging so gut 2, 3 bis 3 Wochen, ja Ich bin halt schon an Ich habe es noch nicht geschickt Ich habe nicht gesehen Ich habe noch nicht gesehen Weil ich nur entscheide Zu einem Weißen Und jetzt muss ich ihn einfach nicht mehr Ich habe schon gesehen , ja Ich habe jetzt gesehen Die Stimme von einem Verstabte Kunden sind nicht Duellen Ah, ja, stimmt So weit ist es Jetzt das war Für mich ein ganz gefühlte Moment Eine ganz geschalte Idee Von Tom Aber Es Ja Und in der gleichen Zeit Ich mache schon mal Dinge Ich habe Und du hast auch viel Munition Ich bin verstanden. Hey, die Wände nicht gelaufen, gell? Mit Lechke sind die Stoffen im Kraner. Ich sind in Europa geklommen. Eichsleder, die Zweitleder und andere Zitterleder. Und bin mal schwarz. Du warst gestockt. Du hast so ehrchen, ehrchen Feuer aus dem durch den Kran. Du geglitscht. Ja. Und sind doch gestorfen, ne? Das war herrlich. Oder glitschende Stehen. Da steht auf dem Dug. Das ist schon bei den Dugs. Ja. Das ist schon bei den Dugs. Das ist schon bei den Dugs. Das ist schon bei den Dugs. Ja, das ist schon bei den Dugs. Ja, das ist schon bei den Dugs. Das ist schon bei den Haaren, gell. Das ist schon bei den Haaren, gell. Kommer noch mit den Haaren raus. Das ist schon bei den Haaren. Das ist schon bei den ZJa, was du findest. Das ist schon bei den Z eben. Das ist schon bei den Z Längstmite. Jetzt frei, jetzt frei. Schon längstmite. Ein bisschen, du bist hier, du bist hier, du bist hier. ahhh, du hast sie auch. Mach du mal da die Nächsten? Das tut nicht aus Ise, ben. An der andere hatte ich einfach einen Zäubiger zu bekommen. You, Memmer, du hast blut. Ne, ich blut nicht. Nein, natürlich, du blutst dich, ich sehe nicht da. Ich will die Scheiße, Loh. Oh, und ich habe ge... Oh, mein Berry kann ich mal zeigen, den will ich auch nehmen, das ist cool. Boah, du bist ein Glatz, das fühle mich cool. Ja, ich bin so wie ein cooler Schwarz von der Gruppe, Loh. Loh, nicht rassistisch gemeint, okay? Als... Also einfach so. Was ich noch nicht fand. Working Boot, die brauche ich nicht. Das ist neu in der Halle. Ich bin Scheiße, Loh. Aber, ich meine, ich habe nur noch ein Falsch, danke, schon gesehen. Ich habe nur noch ein Falsch, weil... Also, die Frames sind wirklich schlecht in diesem Server. Also, ich weiß nicht, das ist nur ein Server allein, du da. Also, ich kann nicht fähig, das ist mein Computer. Wenn das relativ... Das ist ein Zombie aufgepasst, jetzt. Ja, das ist relativ gut, aber noch mein Computer. Das ist relativ gut. So, wir fangen in die Halle, da kann ich einfach mal ein Pesach geben, die ich gar nicht brauche. 10 Euro. Ja, wo ist noch ein Rucksack dabei oder so? Nein, nein, ja, wieso Schattmann? Ja, das habe ich auch schon gemacht, ich habe immer noch ein. 2 D. Ich habe gesagt, wo? Keine Ahnung. Den 2, jetzt. Komm ran, komm ran. Du willst da gesandert, kannst du ran. Ich weiß mir, wo du es essentiell ist, woher ich bin. Moment, ich komme hier bei mir. Ich habe schon also schon vier. Ich brauche... Welcher Platz, welcher Platz ist denn? Ich brauche also schon 8... Warte, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 8... 8, 12 Platz noch nicht. Ja, ich mache... 2, 0. 2, 0. Ja, aber die tauchen noch ab. Mein Kompass, was ist alles von mir dabei? Der Kompass? Und da, was du da bist, was ich noch nicht brauche. Was ich brauche vielleicht? Kompass? Kompass? Was ist denn ein Magnum? Kompass. Äh, Lona nicht, ich nehme mich noch keinen Platz. Oh, doch... Doch, das ist gut. Weil die heute war, was mich... Schlecht auf die Stunts. Was ist denn? Ich habe schon noch Munition rausgelöst. Äh, warte, wir sehen, wir haben halt gemacht. Munition, okay. So, leh mal mit dem Revolver nachher raus. Kompass. Das wird ja ziemlich schweil. Was ist denn? Weil der Baseball-Bett war schon, das ist ja gar nicht so wert, mein Englisch. Ja, ich habe schon noch Kompass. Ich habe schon noch einen Trommelmagazin, 6-6. Ja, das fällt. Da muss ich bis zur Wahl, bis dass er da rauskommt. Nee, das ging ich da nur. Dann... Ah, lo, lo geh du doch. Ich meine, gleich will ich tun, dass du den Server so vorlässt. War gut so. Jo, klar. Ah, oh, drum, 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 drum. Komm mal hin, komm mal hin, komm mal hin. Schnapp. Wie viele haben wir angefangen? Um zehn ab, ne? Schon noch eine kleine Überraschung für dich. Die hast du noch dabei. Oh, man kennt lo. Ein Dildo oder so etwas? Oh, maybe ein Dildo. Oh, iiii. So glibberisch und die wackelt. Könnt sie, oder? Könnt sie nicht? Ja, die können die entfernen. Ich hoffe, weil das ein... Wie sehe ich auf den Mosin. Oh, das wird nicht... Ah, hab ich mein PO-Skop gemacht geholt? Jo. Oh. Das heißt, die Browen-Jeans. Das ist der Kompost gerade aufgedacht, geil. Ah, du hast gerade eine riesige Sache noch drauf. Da ist der Kompost dran, und ihr ist noch dran. Warte, warte, warte. Schön, dass mein Mod ist. Wo ist denn noch mein Kern-Opner? Schon eh Kern-Opner. Ah, da hast du auch noch einen. Wie war da? In Damage oder Pristin? Mein war Pristin, ja. Okay. Das EU ruine und eh Pristin. Ja, in Damage. Ähm, ich geh da eh in Zink der Magazine rum. Fehlt mir übersehen, weil das ist nicht kein Platz. Ich muss unbedingt noch was anderes fahren. War ich schon da gerade rausgelöst worden. Ach, ich muss nur mal bis erste, gell. Ist auch immer wieder als Scope ausgesagt. Und dass das Lokopla zerkratzt oder so. Komm, gib mal Gas rein. Du brauchst den Bucks hinter mir. Okay, das ist nicht freundlich scheiße. Ach, du gehst hier noch. Ach, du wirst hier noch. Du hast noch Trubbern da rein, gell. Boah, ich halte die Hand, die ja auch mal... Ah, du auch so. Also, dann hast du. So. Ähm, ich mach mal nur noch bis... Ich mach mal bis jetzt noch. Ich mach mal bis jetzt noch. Und dann läuft nicht zu weit da hinten. Richtig nicht zu weit da hinten, gell. So. Da kann ich noch etwas Klänges nachher erst. So. Wenn hier wird ja so ein Ding hier. Wenn die abgeht, muss die... ...der Nation den du das. So. Gib mal... Hey, ihr Perguda-Baked-Beans hier. Herrlich. Die... Die dritteste Bixi das Wuchse. Sicher schon. Ich mach mal nur noch nicht, ob dann... Wenn ich schon noch bis jetzt noch nicht zu jetzt. So. Warst du irgendwo ein Zombie? Warst du irgendwie? Ja, ich mach den Schnurr in hier rein. Ich hab jetzt noch mal was du willst, die... ...Dingels nachhobst du leid. Die Munition hilft mir. Oh, Munition hilft mir. Du musst... Du bist die andere Seite. Ah, du leid die Munition. Du, die du, die zinkt da. Ja, weil die passt bei mir nicht dran. Okay, schön sind wir uns. Zock dran. So, los. So, los. Los, kämpf uns mal in Europa. Los, los. Los, los. Los, los. Okay, du bist gerade bei mir zu... Bei mir warst du gerade durch den Boden geglitscht. Bei mir geht nicht mehr. So sitzen zwar immer noch. Ja, ja, scheiß. Äh, war ziemlich praktisch, wenn man eh gegen seine Zwiebeen von jetzt gehen. Für mich muss ihn. Irgendwas? Zwiebeen. Wahrscheinlich. Ich bin nicht mehr. So, das ist alles. Du bist alles. Du, das ist alles. Du, das ist alles. Du, das ist alles. Du, das ist alles. So, ich geh so mal, wir machen uns mal hier raus. Jetzt war's frei. Ja. Links hoch, hier raus. Links hoch. Links hoch. Hier raus. Guck dir auf die andere Seite, Schiff. Okay, gut. Okay. Du war's frei. Wien. So, euch ging so mal Hallad Lamba mit, oder mich immer für mich zieh essen, also Rucksack brauchst du unbedingt, du musst an den Start gehen, gell? Ja komm ich noch an den Start, geh raus, komm! Da wird ein schöner Revolver mal an den Grab, die noch so etwas Neues brauchen, gell? Ja wie gesagt mit den Glitch, das ist normal, das hat nachher an den Alpha-Fast-Spiel, mit... ...entretiert sich auch, also euch ging so entretiert sich für alle die, die... ...mull eine kleine Auszeit von Call of Duty an Battlefield... Pardon? Ah, das ist einfach so ein kranker... ...die wird auch machen, die wird auch machen, um den kranker Schein zu hören... Was ist ein Spieler, Spieler, Spieler! Aufschiessen! Hallo, hallo! Hallo, hallo! Hey, Hands up! Oh man ey, die nicht gewinnen hast du! Fruml, das ist ein Rucksack heute, da hinten, da hinten! Okay... Friendly? Friendly? Wie geht mein Mensch noch mal? Demolier da hinten! Könnte, könnte, könnte... Ja, das ist eine Matamöse noch... Oh, was? Was? Oh mein Mensch, da gibt keine Ideen in so einem Moment! Komm! Das war's! Das war's! Komm, slowly, ne? Was kommen los, einer? Ja... Schön, noch am Visor! Do you have any weapons? Oh, ähm... Junge ist ein Schmarrn... Äh... Gut zu sehen, Schöp! Okay, dann losse, go in! Losse, go in! Wir reden halb! Pff, halb! Wir brauchen nur Hilfe! Was ist mein Indowivis? Was ist mein Indowivis? Wie in den Chat schreibt oder so? Warum hat gerade gesagt... Hallo? Boah, Jungs, ähm... Die zielt alle zwei runter, gell! Okay, schon! Ja, das ist nein! Aber du sitzt... Okay... Aber wir müssen noch die Brünne, gell! Ich muss noch... Aber was sollen wir machen? Sollen wir einfach weitergehen? Ja, komm mal, geh weiter! Bloß mal nach oben! Ja, you can... You can go on! We let you go, ne? Ja, aber du hast ja fertig gesagt... Den du unten hast du ganz fein! Wir wollen ein bisschen Waffe! Das ist immer ganz anders! Du weißt nicht, wie die Leute sind! Wir zum Beispiel... Wir sind... Also, uns Gruppen... Wir wollten einfach... Dem Grohlo Evaliöwen den helfen! Das ist doch scheiß! Nee, der muss noch sein! Wir wollten... Wir wollten... Wir wollten... Wir wollten die Leute einfach ein bisschen helfen! Denen, die wir ein bisschen helfen brauchen! Und mit den Proben hast du halt immer... Wann schon alle Leute triffst, macht Waffen! Normalerweise... Also, so wie dann... Wie dann... Wie dann... Wir wollten sie froh, ob sie freindlich sind! Wir wollen das klappt nicht immer! Weil wir tun den Klatschger... Wir tun dann in einem Gefängnis, wenn ich fahre! Ah, und du hast einfach mal direkt rüber, ist geballert! Boah! Da muss ich verteidig! Ah, und der Chef hat einfach mal zur Kille gelost, gell! Also, dick cool! Aber dick lassen! Ich war ein Halb, Mann! Ah, ich war ein Riefe! Und ich... Ich werde nicht gestorben, ja! Boah, ich komme so... Ich bin so... Ich bin so ein... Mit einer Fibad, ich bin so... Da wird er doch immer aus... Büros gebaut, also... Ja, ich bin so... Ja, ich bin so... Okay, geh heute da nach... Nach dem Haus! Ich bin so... Unbedingt zuerst, gell! Gehst du mal auf, wenn du... Da wackeln, dann... Mal Zeit, in der Maschine, mal! So, mal... Wie wir hier sind, ging ich mal so, dass wir die... Für die Echt-Folz schon mal hier Schluss machen! Und... Dann drehen wir wahrscheinlich die anderen Videos auch nach Lomad... In den Novi wahrscheinlich... Ich gesehen das noch... Da geh ich mal so ein... Ciao! Bis zur nächsten! Auf euch! Ciao! Sorry! Auf euch!